Ich finde so diese sprachlichen Unterschiede so zwischen deutsch-deutsch und österreichisch-deutsch, finde ich sehr interessant. Stimmt es, dass ihr euch mit Heil begrüßt hier? Nö, äh, warum auch nicht, ja? Ist ja gerade mal 80 Jahre her, warum überstürzen? Es ist, ähm, ich muss sagen, das hat mir gestern der Wolf ja mir das gesagt und ich dachte mir auch, weißt du, so als Deutscher mit einer Glatze. Ähm, ne, ich glaube ne. Und dann war ich heute am Bahnhof und da stehen ja die ganzen Busse rum und die haben ja oben solche Digitalanzeigen und da war eine Digitalanzeige Buslenkerin gesucht. Ist das bei euch ein eigener Beruf? Also bei uns heißt es Busfahrerin. So, habt ihr, ist das bei euch ein eigener Beruf Buslenkerin? Habt ihr dann auch eine Busgasgeberin und eine Busbremserin oder ist das? Ja.